Beweck dich! Ach, wir sind da da. Oh, ne? Das war mit den Monstern richtig. Ja, da ist das und es hat uns entdeckt. Was ist das? Wölfe. Viele Wölfe. Achtung. Extrem viel. Ach, das fällt jetzt vor allem nicht ab. Soll ich's verhaken? Warte, ich speichere einmal. Wenn ich nicht schaffe, schaffe ich nicht. Okay. Kannst du mal dein Schwertchen? Okay. 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 Wegener st uncley da. Hui. Sollten wir jetzt vorhanden, dass wir nicht mehr. Es ist nur noch einer da. Ich hole mal ein Inventar rein. Das irritiert total. So wie so. Jetzt. Aber der Ort ist nicht gut. Ich weiß nicht bestimmt gar nicht. Der Jäger holen. Wie cool. Ja, jetzt kommt er auf. Das war schon. Das war schon. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Das war schon. Das ist ein Wettbewerb. 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 Ich tu dir nichts. Siehst du? Ist aber zu treuig als die anderen. Wo ist denn mein Pferdi? Ich habe ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Das wäre toll, das wäre toll. Ich kenne mich. So ist gut. Hab ich heute keinen? Oh. Ja, wenn sie... Das ist richtig. Das ist das richtige... Notizen eines Spiels und... Lesen wir mal. Änder den Liest. 15. Tag der Observation, 23. Birke. 23. Birke. Sind wieder im Lager, haben auch hoffenweise Beute mitgebracht, hauptsächlich Rüstung und Waffen, aber diesmal auch eine versiegelte Truhe. 16. Tag der Observation, 24. Birke. Vor Tagesanbruch kam ein Boot ins Lager. Es gab große Aufregung. Sie stellten sofort eine Truppe zusammen, und die Truhe transportieren. Nach Einbruch der Dunkelheit werde ich ihnen Erfahrungen bringen, wohin sie die Truhe gebracht haben. 16. Tag der Observation, 25. Wir haben die Truhe nicht so weit transportiert, nur zu verlassen und zur Hütte bei der alten Mühle. Waren wir schon? Wir haben eine Wache aufgestellt, sodass ich nicht näher heran kann. Äh... 18. Tag der Observation, 23. Birke. Seit gestern Nachmittag haben alle im Lager gesoffen. Wenn wir jetzt angreifen würden, wir sie vernichten. Es ist so schade, dass die Kommandenladen nur einen Mann zu diesem Außenposten abgestellt haben. Nichts. Ich versuche heute Nacht reinzuschreifen. Wenn mir das Schicksal gewogen ist, reicht es vielleicht ein einziger Mann. Die Dinge laufen immer besser für uns. Wir haben Tiefe im Wald unser Lager aufgeschlagen, in der Nähe der alten Mühle, und waren schon ziemlich erfolgreich. Es heißt, die Leute sind arm, aber wenn man sie lang genug ausquerscht, fällt immer etwas ab. Ein Satzgeteide hier, ein Kronen dort. Nicht schlecht für die leichte Arbeit. Eindeutig besser als die Armee. Zumindest haben wir was, womit wir unsere Bräuche füllen können. Und das Risiko, dass wir darüber mit Leben bezahlen? So, das ist immer noch kleiner, als wenn wir das Nilfgaard zwar unter Natales Befehlen jagen würden. So. Hoppala. Einmal zu oft Escape gedrückt. Es ist überraschend. Ich bin ja auch im Mund. Ach, das ist schon wieder rote Flecken. Kriegen sie sich auf mich zu? Weiß nicht. Kann ich dort mal... ...kochen? Ja. Entschuldigung, Plötze. Nicht weglaufen. Da war mir nicht. Hm. Gucken wir mal. Natürlich weiter in den Wald hinein. Da oben müssen. Wollen wir noch gucken. Ich bin auch gar nicht so weit von dem Fernsehen. Ne. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Gucken. Wie weit wir noch mit Fernsehen. Wir werden aber anders. Jetzt will ich escape. Sprechern. 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 Auf die. Auf die. Auf die. Auf die. Und noch. Ok. So Plätzen. Etwas, was wir heute tun. Da wird Plätzen nicht hoch. Und ich sehe ja schon, da sind wir da oder Punkte. Wir müssen da hoch, wo die Punkte sind. Hier denn noch? Die Kirche Brücke. War das eine gute Idee? Okay. 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 Komm jetzt. Los, raus! Langsam. Langsam. Dein Arsch gehört mir! Ja. Was zum Teufel! Was ist los? Ich habe dich gefühlt. Dann wäre ich wieder bekannt. Ich habe dich gefühlt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020